Was? Ich brauch doch die... Was? Ach so. Äh, Cracked Amber und Identify Ring. Komm mal her. Neh mal dat. Dat hier. Dat. Moment. Äh, die sind besser. Dann nehmen wir auch mal die hier. Plus Feuer. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Heben wir mal auf. Machen wir das da. Das ist ein bisschen mühsam, dass wir es nicht einfach irgendwie mit so rechts klicken und dann... Ja, hab ich es ausgerüstet. Nee. Ich möchte es schon so. Und dass es halt einfach meinem Träumenbegleiter rüber schieben kann. Mit einem Mausklick. Ja, das hat zwar... Das hat einen Sockel. Na, behalte ich mal. Aber du kommst weg. So. Dann nehmen wir den Cracked Amber mit und den Ring. Habe ich keine Räume mehr. Und da hat sich nicht wirklich gelohnt. Nö. Da muss ich mir mal ein paar Schriftrauben kaufen. Ging es da jetzt wirklich nicht weiter? Ach doch, darunter. Eine Map wäre auch ganz schön. Ja, das passiert mir gerne. Entschuldigung. Komm, Flynn. Bleib da nicht stehen. Wir haben doch keine Zeit. Ach, schön. Moment. Ich hab doch eben... Ach, sag mir nicht. Das war so eine dumme Portalrolle. Ah, jetzt hab ich eine. Auch gut. Ein, sogar zwei. Noch besser. Und ein Spell. Learn, heal self. Oh, auf jeden Fall. Kann ich das eigentlich noch irgendwie wieder... Ah, es ist Steuerung und to Unlearn. Okay. Zombies möchte ich jetzt eigentlich wirklich nicht. Aber das ist eigentlich ganz, ganz lustig. Ja, aber es hat hätte ich jetzt nicht gebraucht. Bleiben wir mal dabei. Aber es ist vielleicht ganz interessant, wenn wir mal kein Mana mehr haben. Also kein Mana. Kein... Keiner. Wobei ich da eigentlich mit Kane nie Probleme hatte. Ja, das ist halt, wenn wir mal auf easy spielen. Also da kommt man nicht wirklich in die Bedrängnis, dass man plötzlich keine Heilsache mehr hat. Oder so weiter wird man irgendwie total zuschließen damit. Hätte ich vielleicht auf normal spielen sollen. Na, wir spielen es jetzt mal. Auf easy und dann gucken wir einfach mal. Ich bin schon wieder voll. Ah ja, ich wollte... Das ist besser. Komm mal her. Ich sollte das einfach lassen. Kann ich dir auch ein Belt anziehen? Nee, was kannst du denn... Was ist das? Oh, du kannst zwei Ringe tragen. Oh, ach schon. Nimm das doch mal. Na, der Belt darf man mal liegen. Den braucht keiner. Ah. Ich einfach nicht getroffen habe. So. Und Flynn ist wieder da mit 623 Gold. So. Hast du nicht mal was zu melden? Ich denke nicht. Oh. Das sieht gut aus. Oder auch nichts. Ach, Mann. Nur Müll. Schau mal her. Fängt ja jetzt schon furchtbar toll an. Der ganze Scheißdreck hier. Die keiner braucht. Ich brauche mal hier so ein besseres Zepter. Ach, gib mir nicht irgendein komisches Zeug. Gib mir ein anderes Zepter. Ach, jetzt bin ich schon durch. Hab ich das gefunden, wofür ich hergekommen bin? Ich meine, dass diese Maps halt eine Challenge haben. Meistens halt finde irgendein Item oder bringe irgendjemanden um. oder... Das ist eigentlich so das Standard. Nein. 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 Konnte ich das nicht irgendwo auch einsehen meinen. Ach, ich hab ja wieder ein Level Up gehabt. God. Let's ask you to find... Amber. Ähm... Okay. Okay, scheinbar einfach nur ein Dungeon für dumme Nüsse. Machen wir da nochmal ein bisschen was drauf. Noch was? So. Also ich muss sagen, wo ich das erste Mal gespielt habe mit meinem Kane. Den, ähm, fand ich es schwieriger auf Easy. Ach, ach, stimmt, ich habe ja eine Karte. Aber die ist mir im Weg, weshalb ich sie eigentlich... War Kasa. Äh. Da. Ich nehme den ganzen Scheiß hier. Ein Raps da. Ja. Tschüss. Ähm, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Hier. Der hier macht die, ähm, Kristalle kaputt und holt sie aus den Waffen raus. Der hier, äh, macht die Waffe kaputt oder halt das Schild oder was auch immer und, äh, holt mir meinen Stein zu... Oh, sie ist so knuffig, wenn sie auf dem Arsch sitzt. War das hier? Kann ich angeln? Kann ich angeln? Und hab nichts gefahren. Mal mal, nochmal. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. War nicht genau drücken muss. Ah, jetzt. Ich hab'n... Glooper Jelly. Transform into a gel for... Aha, wofür soll das gut sein? Die Fische sind nur für... Das ist für den Begleiter. Da sieht man ja, also da kann er sich jetzt für 120 Sekunden in so ein Gel verwandeln und, ähm... Dann gibt es auch spezielle... Ähm... Weil ich glaub', die sind nur in den Mods. Das ist, äh, Catfish, Dogfish und Ferretfish. Mit denen man dann halt seinen Begleiter in das jeweilige Tier dann, äh... Ich glaub', permanent verwandeln kann. Was wir ja aber nicht brauchen. Denn wir behalten unser Flynn. Unser Flynn-Frettchen. Weil es ist einfach nur awesome. Nichts ist awesomer als ein Frettchen. Doch, ein Hamster. Nein. Wir sind beide gleich awesome. Aber ich glaub', ein Hamster würde hier wenig Sinn machen. Er wäre ein bisschen zu klein. Der könnte nicht so viel tragen. Ich freu' mich ja schon auf Torchai 2. Also wenn ich mir das dann halt irgendwann mal kauf', wenn's, äh... ein gutes Angebot hat, oder... Äh, ja, keine Ahnung. Wenn ich irgendjemanden finde, der es mir zum Geburtstag schenken will, oder... Irgendwelche Leute... Muss ja da nicht von einem sein. Muss ich mich mal bei meinem Bekanntenkreis... Irgendwann mal, falls... Ja, falls... Ja, ha... Brauchen wir ihn, brauchen wir nicht. Ja, also eigentlich ist... Theoretisch ist auf... Ich denk' mal nur auf easy... Die Mana-Flaschen hier total nützlos, weil er sich ja auflädt. Außer man braucht's jetzt wirklich ganz dringend super schnell. Was bei mir aber eigentlich selten vorkommt. Ja, was ich sagen wollte, vielleicht finde ich ja mal einen Bekanntenkreis. Irgendjemanden. Die dann einfach halt zusammenlegen. Mal gucken. Oder ich gewinne mal mir doch. Nein. Mir würde es ja schon reichen, wenn ich einen Job finden würde. Ich bin ja immer... Noch ein bisschen vom Arbeitsamt abhängig, was mir überhaupt nicht gefällt. Aber vielleicht ergibt sich wenigstens... Da glitzert doch was? Ne, glitzert nichts. Ergibt sich da... Äh... Was Kleines? Ist das schon mal... Äh, das ist ja schon mal... Äh... Mich ein bisschen weiterbringen würde. Komm mal her, hier. Und wenn ich dann Torchlight 2 habe... T-T-T-T-T... T-T-T-T-Torchlight 2 habe... Könnt ihr euch vielleicht auf ein Together einstellen. Und es kommt darauf an, ob die Leute, mit denen ich da drüber geredet habe, dann da überhaupt noch wollen. Müssen wir mal bei mir mal gucken. Oder spielt's dann halt alleine. Für euch. Mutter, Seel, alleine. Wie das hier auch. Ja, da kannst du haben, das Buch. Dankeschön. Ich habe jetzt viel Fame. Ähm, wie viel denn? Oh, fehlt noch ein bisschen wat. Was habe ich jetzt eigentlich... Ja gut, habe ich ja schon gekauft, äh, gesehen. Ähm. Junk of... Ja. Äh, das ist eigentlich alles, was wir hier machen. Wir machen ein paar Quests. Und, äh, kriegen dafür Kram. Machen dann neue Quests und kriegen dafür Kram. Und, ja. Habe ich eine Schriftrolle? Da. Poison Damage ist zwar ganz super toll, aber nö. Brauche ich nicht. Da. Das ist auch verkaufen, ja. Brauche ich nämlich auch nicht. Äh, das bleibt man da. Ich kann mal... Äh... Ich brauche, ich dann die Freundschriftrollen. Das geht nicht weiter. Ja. Hm, wer hatte die, du? Neh, wir dachten, neue Maps. Die will ich alle haben. Und du hast einen Hals... Halsbonser gestanden. Mein Frettchen macht aber keinen elektrischen Schaden. Ich hätte gern für ihn was in Richtung... Dingenskirchen. Ähm... Äh, äh... Schutz. Nö. Oder? Ich hab jetzt grad alles verkauft. Ah, guck mal ein anderes Mal. Da kann ich, ähm... War das das? Ich glaub, das war bei ihm. Was war's bei ihm denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaub, bei ihm konnte ich Waffen verzaubern. Oder war's bei ihm? Ja, da hab ich einmal ne supergeile Waffe rein bei ihm. Und dann hat er mir die entzaubert. Arschloch.